Los, an eure Ruder! Verwerb! Vereilt euch! Es geht voran! Kapitän, die Ruder haben das nicht durch! Siegel setzen! Boah, ich will dich immer auf dem Weg! Ruder, bereit machen! Los geht's! »Auf gut, und Assistance!« Gib uns khiteln. Ab wundern Sie mir was war ят wie vor Shiraz HE JAU F autant K Γ Ab wundern Sie mir was war Ge charismatic! Geh hoch! Ich Council! Vor estão mit! kuOWennial ist erledig' canal Eman und we gobierno Eman zur Handkriege zur Hand die Füße fest auf Los, Elisa. Den Kampfgeist kann uns nichts verderben, weil Spartiaten niemals wirklich sterben. Ein Gedicht. Ein spartanisches Gedicht. Gute! Sind bereit zum Anlicht! Ein Gedicht in Waren, Bd. Willkommen zu den Olympischen Spielen. Das Fest hat offiziell begonnen. Alkibiades, ich bin überrascht, dass du angezogen bist. Der Tag ist noch jung, kleine Ziege. Nimmst du an den Spielen teil, Alkibiades? Natürlich. Ich gehe von Zeit zu Zeit auch anderen körperlichen Betätigungen nach. Sicher. Was glaubst du, wer dieses Jahr die meisten Grenze gewinnt? Nein! Athen wird mit den Anforderungen wachsen. Ich sage Messenien! Ist dir die Seeluft nicht bekommen? Sparta gewinnt immer beim Pankration und vieles andere auch. Du weißt sehr viel über die Vergangenheit, aber sehr wenig über die Zukunft. Wer ist das? Das ist Doryeus, der amtierende Meister. Er ist blutrunstig, Kampfeslustig und überaus ausdauernd. Eifersüchtig? Nicht im Geringsten. Wir sind nicht so weit gekommen, um im Hafen zu stehen. Allerdings solltest du jemals einen Partner für Leibesübungen brauchen. Du? Ein dünner, kleiner Athener? Ich bin der Meister. Oder werde es sein? Sparta! Schade, dass es dein Verstand nicht mit deinen Muskeln aufnehmen kann. Ziehen wir los! Bevor ich kämpfen kann, muss ich eingehüllt werden. Tja, ich würde ja gerne zur Hand gehen, wenn du in der richtigen Verfassung wärst. Ich... werde gern eingehüllt. Ganz offensichtlich. Ja. Du weißt das. Komm her. In meine Arme. Was? Oh, komm, liebes Zicklein, zeig der Welt, wozu du fähig bist. Und mir auch, wenn du schon dabei bist. Wo finden die Pankration-Wettkämpfe statt? Im Stadion von Olympia, natürlich. Ich mag's, wenn's ein bisschen grob zugeht. Du weißt, dass Menschen bei sowas sterben. Was gibt es sonst noch außer dem Pankration? Nun, Speer werfen. Und natürlich weißt du, wie das geht. Der Athlet nimmt den langen und harten Speer und... Ja, ich weiß. Und dann gibt es noch die Wettläufe und die Pferderennen. Überall Schweiß. Ein Genuss für die Augen und die Nase. Ich brauche den Siegerkranz für Sparta. Wenn ich dafür teilnehmen muss, dann tue ich das. Der Wettkampf fängt nicht so bald an. Wir könnten uns erst umsehen. Olympia bei Waffenstillstand ist eine Reise wert. Wir sind ein Archefetto.